Du bist doch noch so jung, das ist was die Leute sagen. Doch wenn ich heute gehen müsste, gönnte ich mich wirklich nicht beklagen. Was ich alles schon erleben durfte, wenn ich an all die Menschen denke. Wieso wird frühte Leben lesen, dann ist meines ein Geschenk. Ich hab' Buch bei Angst vor dem Traum, ja wir sind doch nicht allein. Doch wenn das Leben so auch traurig ist, bin ich froh. Wurda bei zu sein. Da 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017